so bruder jetzt eine andere frage man weiß dass ihr eine riesengroße familie seid ihr kennt man ja aus deutschland und simo ihr seid ja hast ja aus manchreich schon wenn ich mich richtig erinnert das war zwei brüder glaube ich richtig richtig zwei brüder und simo und dann irgendwann haben die familie oder irgendwas gegründet genau und ich nenne meine familie simo und so ist das aus euch entschieden in den riesen erschwert über berlin berlin waren zwei brüder genau ist richtig also habt ihr auch so wie in deutschland familie hat auch hier so groß von mir ist mir adana märz in skander und hat ein martin martin diese fünf und dann noch im libanon sehr viel und in deutschland unten schweden schweden habt ihr auch in marten ist in schweden ja sehr viele sogar und in hatai und martin und dies sind da auch sehr 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 viele besucht ja und libanon auch wo es doch ein stadtteil glaube ich wo viele martins aus martin gibt es sowieso viele oder nein das ist da da kommen andere her und wo kommt ihr wo weiß ich nicht ganz genau weiß aber gibt es sehr viele von uns im libanon auf jeden fall